Herzlich willkommen bei Immobilien-Trägerin Gersin. Ich zeige heute eine Wohnung, die zu mieten ist. Schauen wir gleich rein. Zwei Zimmer, hier ist der Wohnbereich. Gehen wir gleich raus auf die Terrasse. Das ist eine Privatstraße und Sackgasse. Hier unten ist die Kirche Mariel Grün. Sehr ruhige Lage. Tiefgarage ist dabei, Keller, Teil. Hier ist das Schlafzimmer. Hier sind wir reingekommen. Dann ist hier das Badezimmer mit einer Saunakabine. Hier ist die Küche. Kühlschrank, Geschirrspüler, vierfälliges Ceranfeld, Backrohr. WC mit kleinen Waschbecken. Eine Abstellkammer ist noch vorhanden. Zusammenfassend Kellerabteil, Tiefgaragenparkplatz, Fußbodenheizung, Saunakabine, zwei Zimmer. Die Wohnung ist ab sofort zur Verfügung. Alle weiteren Informationen auf www.mathias-gersin.at